So, nochmal ein kleines Wort bevor die Quali-Phase anfängt und zwar ist ja jetzt die Frist vorbei und da sind auf jeden Fall reichlich Qualis, um genau zu sein 23, eingereicht und ja, kommen auf jeden Fall ein paar Highlights auf euch zu und ja, bevor wir zu der ersten Gruppe kommen, die heute hochgeladen wird, ähm, habe ich nochmal ein kleines Extra gemacht und zwar habe ich ein RSB-Discord-Server. Aber da könnt ihr euch, ähm, als Community oder als Teilnehmer mit eintreten und ja, wäre cool und das habe ich dann halt so gemacht, damit die Community sich noch ein bisschen annähert sozusagen, also das schweißt so die Community ein bisschen zusammen. Gut, kommen wir auf jeden Fall zur ersten Gruppe, die ersten, die erste Gruppe wird sein und aus den vier Leuten bestehen Ababa, Crystal, Maui und Rexy. Macht euch eine eigene Meinung bei den Newcomern, bei den Oldtimern kennt ihr das, kennt ihr die ja schon und ja, ich würde sagen, wir sehen uns, wenn die ersten Qualis draußen sind.